Und damit willkommen zurück bei CitySkylines in einer neuen Aufnahme. Ja, wir haben in der letzten Folge, wo ich schon angeskypt wurde, hier schon mal ein bisschen weiter gemacht und auch hier oben ein wenig weiter gemacht. Und ja, heute würde ich gern noch weitermachen. Und noch mehr weitermachen, keine Ahnung. Und ich fange damit an, hier ein paar Straßen zu bauen. Und ich habe auch einen neuen Mod installiert, aber dazu kommen wir gleich. Na, wir lassen es mal so. Die Stromleitung, bin ich jetzt am überlegen, kann hier eigentlich weg. Dann brauchen wir Wasser. So, und dann Häuser. So, okay. Was ich heute mit euch machen möchte, ist einmal mit euch den Mod ausprobieren und andererseits, ja, sag mal, die Stadt einfach mal verschönern. Weil wir haben ja immer noch so ein paar Ecken, die einfach nicht so schön sind und da können wir ja heute einfach mal zusammenschauen. Hier oben haben wir noch eine Straße, die wir bis jetzt noch nicht weiter gemacht haben, weil da ein Pfeiler im Weg ist. Das wird sich jetzt allerdings ändern, denn wir bauen jetzt die Straßen hier einfach mal durch. Und dann hier oben, das müsste sie einfach die normale, ja. So. Zack und zack. Hier unten sieht man es auch schon. Aber wie gesagt, das machen wir gleich. Da bauen wir ja erstmal kurz die Straße noch ein Stückchen weiter. Also, bei mir ist auch hier direkt neben den Zügen, das soll mir eigentlich auch relativ wurscht sein. Ort ist bereits belegt. Ja, die Brücke hier auch. Zack, zack. Gut, hier oben den Fußgängerweg, den müssten wir dann nochmal neu machen. So. Da baue ich jetzt gleich so mal durch. So. Haben wir jetzt hier eine schöne Straße direkt neben den Gleisen. Das finde ich aber fast, dass wir die Bäume weg machen sollten, dass man die Züge dann auch sehen kann. Gut, so ein paar kleine Büsche, ja. Aber gut, hier lassen wir es mal. Hier passt es. Hier passt es dann wieder. So, bauen. Dann lassen wir erstmal eine Zeitwarte laufen und bauen nebenbei einen Weg. Erstmal hier wieder. Und so. Und so. Perfekt schon mal. Hier dann nochmal das gleiche. Dann müssen wir eben nur mal schauen. Wenn ich sage, da geht jetzt einfach mal... Moment. Machen wir hier mal eine Kurve. Wenn ich sage, da geht jetzt hier mal durch. Das geht. Wenn ich weiter hin sage, dass er jetzt hier ein hoch- und hier rüber geht, geht das auch. Und dann lassen wir den jetzt hier... in einer schönen Kurve wieder runter gehen. Das ist doch schon mal wunderbar. So, dann können wir den hier verbinden. Halt. Und dann ab hier nochmal über die Straße. Hier runter. Und so. Machen wir das mal so. Hier oben, das ist ja dann das Gleis für die Güterzüge. Genau auch wie das hier. Gut, mit den Gleisen bin ich auch nicht so wirklich zufrieden, muss ich sagen. Ich habe da in meiner Stadt noch ein bisschen weiter gebaut. Also, da müssen wir hier dann, wenn man das noch so ein bisschen ausbaut, dann auch noch einiges tun. Und vor allem müsste dann auch das Gleis hier oben wieder mal verlegt werden. Und dann vielleicht. Zumindest wie es momentan aussieht. Aber, das machen wir, wenn, dann später. Ähm, ziehen wir gerade Leute ein. Ja, das tun sie. Es leckt wieder. Ich hoffe, dass es sich wie beim letzten Mal dann einfach beruhigt. Weil ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Mehr als noch mehr lecken kann es ja schlecht, ne? Ich meine, ich habe, wie gesagt, genug Platz. Ich habe keine Programme offen. Und für die gewöhnlich funktioniert es ja auch. Da ja die Leute in dieser schönen Stadt hier immer mehr nach Shopping schreien, der Ton ist manchmal kaum noch auszuhalten, möchte ich außerdem mal ein wenig weiter bauen. Der Ort ist bereits belegt. Das finde ich natürlich auch sehr... ...sehr ansprechend, ja. Ne, so steil nicht. Die Fahrzeuge sollten schon... ...noch ein bisschen abfahren können. ...wenn ich jetzt sage, hier so. Und dann... ...hat er jetzt hier nichts zum Einrasten. Ich kann ihn ja jetzt hier gerade frei bewegen eigentlich. Wenn sie jetzt nicht lecken würden, ne? Also... ...sollte man immer mit dazusehen. Moment. Dann würde ich sagen, wir machen erst mal die... ...Straße mit Bäumen nach unten. Seht ihr? Und schon hat sich's beruhigt. Ich hab doch gesagt, wir machen einfach mal. Also keine Ahnung, was der hat. Aber manchmal muss man einfach... ...Kontenanz bewahren. Kontenanz. Ähm, nee. Halt. So. 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 Machen wir hier mal einen Abstand inzwischen. Halt. So. Und so. Irgendwie muss man da Lager ja hier auch so ein bisschen herwerben, sag ich mal. Und hier... ...vleicht das gleiche nochmal in grün. So. Und hier, das sollten wir auch auf... ...zwei Spuren machen. ...zwei Spuren. Und... ...den so. Genau. Und das lassen wir jetzt hier nochmal an einen... ...Kreisverkehr gehen. Und hier oben, das müssen wir auch nochmal ändern. Da bin ich... ...sehe ich auch schon so meine Sorgen und Probleme, was das angeht. Ich brauche jetzt gleich mal ganz kurz die Autobahn weiter. So. So. Ah stimmt, wir haben ja jetzt hier... ...können wir ja ein Autobahnkreuz bauen. Da bin ich nämlich auch gerade schon am überlegen, weil das wird ein bisschen... ...bisschen ein anderes Autobahnkreuz. Aber es gehen ja dann sogar drei Autobahnen quasi zusammen. Äh... Moment... ...nei halt, ich nehme mal einen Feldweg. Wir müssen ja nicht unnötig Geld ausgeben. So. Ähm, dann von hier aus... ...oh, da hat jetzt ja gerade gar nichts zum Einrasten. Ja, das ist auf jeden Fall gerade. Ähm, machen wir mal so. Und hier einfach mal so. So. Zack, 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 zack. Hier oben, das lassen wir dann auch noch mal miteinander verbinden. Das können wir vielleicht gleich mal tun. Mal gucken, der in die Richtung und der in die Richtung und all die Richtungen stimmen. Ähm. Jetzt muss der hier mal weg. So. So. An der Stelle möchte ich das auch gern mal so ein bisschen, ähm... ...salber bauen. Weil ich da schon so ein paar... ...ein paar Vorstellungen habe, wie ich das gern machen würde. Machen wir mal nur so. Ein Stück weiter... Gut, hier... ...dann... ...so... ...und... ...nein... ...auch auf die Höhe. Mach das gleich erst mal so fertig. Keine Sorge. Ich hätte hier nämlich gern noch mal so eine kleine Spur, die das vielleicht schon mal so ein wenig trennt. Ich meine, man kann ja dann hier direkt durchfahren und man kann dann eben auch... ...so ins... ...ins... ...ins Shopping-Gebiet rein. Machen wir mal so. Und dann hier... ...also so wird's auf jeden Fall besser, ja. Ähm... Moment, erst mal kurz den und den. Und jetzt den und den. So. Und die verbinden wir jetzt. Und hier ist zwar nur eine 40, aber ist ja erst mal egal. Die können dann entweder unten rein. Oder sie fahren zum Beispiel dann direkt weiter. Hier rein. Oder sie kommen dann von... ...hier... ...wieder drauf. Oder sie fahren dann meinetwegen hier noch mal ab. So. Und dann machen wir jetzt hier noch mal... ...eine... ...kleinere Spur... ...für die... ...für die ganz normalen Fahrzeuge. Einmal auf... ...der Seite. ...und... ...einmal... ...ähm... ...blüb... ...wo machen wir das am besten? Hier. Ja, hier nochmal. Gut, hier rein ist vielleicht eine blöde Idee, oder? Ich werde jetzt auch hier so... ...s würde sogar funktionieren, dann machen wir das. Ich weiß, es sieht ganz schön dämlich aus. Ach, egal. YOLO. Die Kurve ist blöd. Machen wir das so. Und auf der anderen Seite... ...uh... ...einen nach Dauber jetzt machen wird es schwierig. Wobei, ich habe da vielleicht gerade schon so eine... ...kleine Lücke im Auge. Ich muss ja mal ganz kurz näher ran... ...und den Winkel ein kleines bisschen verändern. Hm, wenn ich jetzt sage... ...ich... ...hmmm... ...der stürzt sich an dem hier oben. Gut, kann ich verstehen, es ist vielleicht ein bisschen... ...bissin suboptimal, dass der hier gleich gleich abgeht. Hm... ...hä... ...oder... ...oder... ...ist doch schon mal gar nicht so übel. Ähm... ...so... Hm... Hier oben, das war eine Einspurige, die machen wir... ...n... ...ja, die bauen wir wieder hin und... ...das ist hier das Gefälle zu steil... ...blöd. Das ist blöd. Wenn ich jetzt anders sage... ...hier. Ort ist bereits belegt. Dann so. So. Die können ja alle auffahren, wie sie das... ...wollen und... ...den hier muss ich nochmal in die richtige Richtung verlegen. So. Er hier... ...geht... ...bis hier. Gucken wir nicht jetzt einfach sagen, ich mache hier... ...Moko, nach Gottes Willen. Ich hätte hier keinen Gedanken an, der ist ja völlig bescheuert. Äh... Oh, halt. Ich würde sagen, das ist so... Na gut, so. So könnte man es machen. So. Und meinetwegen hier nochmal... ...es wird dann ein übelstes Verkehrskurs, ich weiß. Aber es ist auch... ...auch mal so ein bisschen Experiment für mich. Um einfach mal zu sehen... ...ääh, bin ich wirklich so bescheuert, wie ich immer tue. Und ich glaube, die Antwort ist eindeutig ja. Ähm... ...ja gut, hier, das lassen wir. Machen wir hier mal nur die eine Abfahrt. Und auch auf der anderen Seite nochmal eine Abfahrt. So. Also sieht aus wie in einer Großstadt. Sieht aus wie L.A. oder... ...Pseudo-L.A. oder irgend sowas. Also schon mal faszinierend, würde Spock sagen. Jetzt hier. Mh... Also wirklich... Mh... ...ist ein bisschen eine schwierige Situation. Drei Autobahnen. Keiner will so richtig zusammen. Und trotzdem muss es um Miet klappen. Also, ja, ist nicht... Moment, kann ich ja gerade... Nie. Neues Land können wir gerade nicht kaufen. Das können wir ab. 65.000. Na gut, dann machen wir erstmal die 65.000 voll. Mh... Ich entschuldige mich. Ich mache hier einfach mal... Ach, scheiß drauf. Ich baue jetzt gleich wieder Autobahn hin. So, die ist billiger. So, zack und zack und zack und zack. Dann machen wir jetzt erstmal schnell die 65.000. Ah, gut, ich will ja auch gerade keiner so richtig wohnen. Das ist vielleicht auch ein bisschen blöd, dass hier keiner so richtig gerade wohnen möchte. Dann machen wir hier oben ein bisschen Industrie. Halt. So, vielleicht wollen dann die Leute eh auch hier wohnen. Wir bekommen auch gerade noch Leute dazu. Hier... Na gut, hier dran... Ne, hier kommen vielleicht noch Gleise hin. Da habe ich nämlich schon eine Idee. Hier... Hier...